Wie cool wäre es, wenn du in Freiheit, in Fülle, in finanziellem Reichtum leben könntest, ohne Probleme, ohne Sorgen, egal wo auf der Welt, dein Ding machen könntest, einfach so in den Tag leben würdest, wie du es dir schon immer in deinen kühlsten Träumen ausgemalt hast. Wenn du noch nicht in diesem Punkt bist, wenn du noch nicht dein Leben so lebst, wie du es gerne hättest, dann halten dich Ängste davon ab, Ängste davon, aus dir raus zu gehen, Ängste davon, dich zu zeigen, Ängste davon, dich besser zu verkaufen, Ängste davon, die richtigen Kunden anzuziehen, die auch für dein Produkt was zahlen, einen Preis, den du dir vielleicht nicht traust, zu verlangen. Tja, wenn dich das anspricht, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn ich hatte das Vergnügen und die Ehre, mich mit dem Angstlöser Nummer 1 im deutschsprachigen Raum zu unterhalten und seine Tipps zu bekommen, wie er Ängste identifiziert, wie er mit ihnen umgeht und wie er sie letztendlich auch löst. Also schau dir dieses Video gerne an, am Ende bekommst du eine super Überraschung, also bleib dran, hab Spaß dabei und ich wünsche dir alles Gute. Wie schaffst du es erfolgreich, deine Ängste abzulegen? Willkommen in diesem neuen Video, hier mit einem Spezialgast und einem sehr bekannten Gesicht aus Clubhouse, aus Instagram, einem Menschen, den ich sehr schätze für seine Offenheit, für seine Authentizität, weil er auch vieles durchgemacht hat. Er war unter anderem auf U-Booten unterwegs, er war im Militär, er hat sich mit Ängsten beschäftigt, aufgrund dieser Erfahrungen, die er machen durfte, in enormer Tiefe, auf engstem Raum. Und dadurch hast du auch festgestellt, dass, obwohl viele Menschen vielleicht diese Angst verspürt haben, ja, wirklich eng zusammenzuleben, nicht zu wissen, was passiert, abhängig zu sein von dem Umfeld, von Entscheidungen ihrer Vorgesetzten, ausgeliefert zu sein, dass diese Ängste, obwohl sie vorhanden sind, eigentlich selten angesprochen werden und wenige Leute nur verstehen, damit umzugehen. Was ist dieser Risikofaktor Angst mit sich bringt, kann man auch wirtschaftlich natürlich darstellen. Es können sieben-, sechs- bis siebenstellige Beträge an Schäden, an wirtschaftlichen Zusammenbrüchen darstellen. Und das Ganze, diese Erfahrung, die du gemacht hast, weil du verstanden hast, wie man mit dieser Angst umgeht, gibst du das Ganze jetzt weiter. Du nennst dich der Angstlöser, du betreust aus dieser Rolle heraus über Tausende von Führungskräften, von Vorstandsmitgliedern und zeigst ihnen, wenn man diese Angst denn erstmal identifiziert und dann auch letztlich auch meistert, was es denn für einen nicht nur persönlichen Wachstum mit sich bringt, sondern auch wirtschaftlich gesehen und wie man sein Unternehmen dadurch wirklich auch Vordermann bringt und in die richtigen Gänge, damit man erfolgreich und auch gesünder letztlich im Leben leben kann. In diesem Sinne, lieber Thomas, herzlich willkommen. Danke, dass du Teil bist von meiner Videoreihe, von meinem Videokanal. Danke, dass du da bist. Lieber Martin, ich sage mal ganz herzlich Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Super. Dann lass uns doch mal starten mit der zentralen Frage. Viele Menschen sind ja draußen und wollen Dinge tun. Und wie nennt man es auf Englisch, ich habe es auf Bob Proctor's Programm erfahren, ist diese Knowing-Doing-Gap. Sie wissen eigentlich, was sie tun wollen, können es aber nicht vollbringen, weil da irgendwas sie blockiert. Und diese Blockade ist ja meistens die Angst. Wie definierst du denn Angst und was für eine Art von Ängste aus deiner Erfahrung gibt es denn überhaupt? Da hast du was sehr, sehr Spannendes angesprochen. Sehr, sehr gute Frage. Was ist Angst denn eigentlich? Also die Definition von Angst, die sind so vielfältig wie die verschiedenen Lexikas, die es dazu gibt. In meinem Bild von Welt ist Angst im Wesentlichen eines, und zwar das Bild eines Schadens, der in der Zukunft auf mich einprasselt. Das fiktive Bild eines Schadens. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass Angst immer etwas Surreales ist. Angst ist niemals real. Wenn es in der Zukunft liegt, dann kann es ja schließlich nicht im Hier und Jetzt und auch nicht unbedingt greifbar sein. Das heißt, die Angst ist im Wesentlichen immer ein Bild, was uns die schlimmsten Was-wäre-wenn-Alternativen vor Augen führt und uns dann eben genau daran hindert, wie du das so schön gesagt hast, uns zu verändern. Auch das Wort Veränderung, das ist ja schon ganz, ganz negativ assoziiert beim einen oder anderen. Wenn wir Veränderung sagen, dann merkt der ein oder andere schon so ein Widerstand in sich. Wieso soll ich mich denn verändern? Und das Grundprinzip davon, du kennst das Grundprinzip der Komfortzone von vielen Menschen, die wir sagen, du musst deine Komfortzone verlassen. Ich habe das so ein bisschen umgestellt, ausradiert. Denn das Komfortzonen-Modell, das beschreibt ja nicht im Wesentlichen das, was es eigentlich bedeutet. Also eine Komfortzone wäre ja etwas Schönes. Deswegen ist eine Komfortzone, wo ich mich bewusst komfortabel fühle, auch der Bereich, in den ich mich hinentwickeln darf. Das sind die Ziele, die ich mir setze. Das sind die Visionen, die ich bilde. Die emotionale Verbindung dazu. Worin unsere Angst uns aber immer gefangen hält, das ist im Wesentlichen die Sicherheitszone. Wenn wir ehrlich sind, komfortabel geht es für die meisten Menschen, die den Drang, den Wunsch haben, etwas zu ändern, aber trotzdem zurückgehalten werden, nicht wirklich so. Die meisten Menschen, die leben in einer Art Schnittbild aus diesen beiden Zonen. Das heißt, du hast einmal die Sicherheitszone, du hast die Komfortzone und die meisten Menschen haben da so eine kleine Überschneidung drin. Das heißt, das sind dann diese Punkte wie der Ausflug einmal im Monat in den Freizeitpark zum Beispiel oder der Jahresurlaub, den man sich einmal im Jahr mit der Familie gönnt. Das sind genau die Punkte, die uns dann die Begründung liefern für Sätze wie eigentlich geht es doch oder es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Und diese Begründung, in der wir uns dann wieder gut aufgehoben fühlen und wissen, hey, eigentlich eigentlich, du merkst, welche Betonung ich auf dieses Wort lege, eigentlich müssen wir doch gar nichts verändern. Das ist dann der Satz, der dann im Endeffekt auch stehen bleibt. Und das ist ein Endprodukt, ein Endresultat der Angst. Ja, das hast du schön gesagt. Ich kenne das selber aus meiner Erfahrung, wenn du eigentlich alles hast und dann sagen die Leute immer, du kannst doch zufrieden sein mit dem, was du hast. Du sollst doch dankbar sein. Du hast einen Job, du hast eine Familie, du hast ein Kind, du hast eine Wohnung, du hast eigentlich alles, was du willst. Du hast genügend Geld auf deinem Konto, aber trotzdem bist du nicht glücklich. Was ist los mit dir? Und ich habe mir dann gesagt, eigentlich hat der recht, dann bist du wieder bei dem eigentlich. Eigentlich hat der recht, aber ich habe innerlich gemerkt, da stimmt was nicht. Und dann, wenn ich auch wieder gemerkt habe, wenn ich abends heimkomme aus der Arbeit und ich dachte, die Arbeit ist eigentlich gar nicht mehr meins und dann setze ich mich vor den Fernseher mit einem Glas Bier und schaue mir irgendwas an auf Netflix und denke mir letztlich, das ist wieder die verlorene Zeit gewesen, weil ich mich wieder nicht mit diesen Ängsten konfrontieren wollte. Wie du schon gesagt hast, was ist, dass ich eigentlich was ändern will? Die Frage ist dann, wie schaffe ich es, mich dann in diese Veränderung zu versetzen? Wie schaffe ich diesen Schritt zu gehen, aus dieser sogenannten Komfortzone herauszunehmen? Du hast im Wesentlichen schon was ganz Schönes gesagt und das ist, ich gehe zur Arbeit, komme zurück, mache mir dann mein B auf. Das sind, wenn wir es alles mal betrachten, das sind im Endeffekt Routinen, auch die Sätze, die wir dann zu uns selber sagen. Das sind Routinen, auch das, was wir durch unser Umfeld hören und annehmen, so akzeptieren, auch das sind Routinen, weil es uns in unserer Kontinuität bestätigt und das möchte unser Gehirn, ja. Unser Gehirn möchte Kontinuität, um halt eben in diesem Sicherheitsbereich zu bleiben. Einen wichtigen Schlüssel, den hast du da aber auch schon angesprochen und das ist der Schlüssel Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein unglaublich machtvolles und kraftvolles Werkzeug. Heißt jetzt natürlich nicht, dass wir dankbar sein sollen für den Bußgeldbescheid, den wir vielleicht kriegen, weil wir falsch geparkt haben oder so. Aber dankbar sein für das, was man hat, was man bereits in sein Leben geholt hat, für die Frau seines Lebens zum Beispiel, für die Kinder, die man hat und auch für die Erkenntnis, dass man sich selber die Erlaubnis geben kann und auch darf, sich weiterzuentwickeln. Dass man sich selbst die Erlaubnis geben darf, auch mehr zu wollen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Also Dankbarkeit ist ein unglaublich kraftvolles, machtvolles Werkzeug. Sie wird nur dann toxisch, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, toxische Dankbarkeit, wenn wir sie eben als Rechtfertigungsgrund für dieses, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm benutzen. Aber in die Dankbarkeit wirklich, ja, absolut, in die Dankbarkeit hineinzugehen und die wirklich zu fühlen. Viele Menschen machen immer Dankbarkeitsübungen. Sie stellen sich hin, ich bin dankbar für die Familie, die ich habe. Aber fühlen sie nicht, dass dir das nichts bringt. Du grinst schon leichter. Ich glaube, dass es kein Geheimnis ist. Dankbarkeit zu fühlen ist ein erster großer, wichtiger Punkt. Das zweite ist dann eben auch aus dieser Dankbarkeit heraus, sich die Erlaubnis zu geben, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Visionsbildung anzugehen. Visionsbildung und Ziele setzen ist ein elementarer Schlüssel. Die meisten Menschen setzen Ziele aber kontraproduktiv. Die meisten Menschen setzen sich Ziele, so wie wir es gelernt haben, auch von ganz, ganz vielen Beratern und Trainern. Sie müssen greifbar sein, zeitlich terminiert sein. Sie müssen messbar sein. Das spielt sich aber alles hier vorne ab. Also das spielt sich alles hier vorne im logischen Denken, im präfrontalen Kortex ab. Das, was wirklich den Unterschied macht und das, was dir die wirkliche Kraft gibt, auch Rückschläge oder auch mal Niederlagen wegzustecken und die Offenheit daraus zu lernen und zu lernen, wie du es besser machst, wie du es anders machst, wie du es förderlicher machst, das passiert nicht hier vorne, sondern es passiert weiter hinten, im menschlichen System, da unsere Grundemotionen auch mit gespeichert sind. Das bedeutet, die Frage ist nicht, welches Ziel oder welche Vision du bildest. Die Frage ist, welche emotionale Verbindung hast du dazu. Und die emotionale Verbindung, das ist das, was wirklich Kraft und Antrieb gibt, dann auch in diesen Situationen mutig zu sein. Also Mut heißt ja nicht, keine Angst zu haben. Das wäre eher die Dummheit, gerade in bedrohlichen Situationen. Sondern mutig sein bedeutet ja in Momenten, in Situationen der Angst, mir die Kontrolle über das, was ich tue und wie ich es tue, von der Angst zurückzuholen und trotz der Angst das Richtige zu tun. Darum geht es im Endeffekt. Ja, das ist eine geniale Beschreibung. Danke dafür, du hast wichtige Themen angesprochen. Auch was die Zielsetzung betrifft, ist die Zielsetzung ja eigentlich für mich mehr der sekundäre Teil von seinem Leben, von seiner zukünftigen Gestaltung des Lebens, sondern es geht ja primär darum, zu dem zu werden, wer du wirklich bist. Und wie du auch schon gesagt hast, die Zielsetzung kann man, ich denke, der zweite Schritt in der Zielsetzung ist natürlich, dass man seinen Cortex, dass man seinen Verstand einschaltet und versteht, wie man seinen Zielen näherkommt, wie man dahin arbeitet. Aber zuerst gilt es, diesen Schritt zu gehen, was will ich denn wirklich machen? Ich will mir ein Ziel setzen, was ich vorher noch nicht erreicht habe. Wie gesagt, ich komme jetzt wieder zurück zu einem meiner genialen Mentoren, zu Bob Proctor, der sagt, wenn ich mir ein Ziel setze, dann ist das richtige Ziel, ist dann nur das richtige Ziel, wenn ich auch emotional in Verbindung stehe und diese Emotion darf oder soll oder muss sogar die Angst sein. Wenn ich keine Angst davor habe, dieses Ziel zu erreichen, dann ist das falsche Ziel, weil dann, dann nehme ich mir wieder was vor, wie du schon gesagt hast, dann gehe ich wieder in diese Routine rein. Ah, ich weiß, ich kaufe mir, ich fahre momentan ein Audi A6 und ich will in zwei Jahren wieder den neuen Audi A6 haben. Also weiß ich ja eigentlich schon, wie es geht. Ich habe es ja schon gemacht. Also was heißt das, was meine Entwicklung betrifft? Ich muss mich ja nicht weiterentwickeln. Ich brauche nichts Neues erfahren, ich muss nichts Neues lernen. Ich muss nur weiterhin so viel Geld verdienen wie vorher und dann kann ich mir das Auto leisten. Also es geht ja wirklich darum zu sagen, ich setze mir was Höheres, weil ich weiß, das ist auch mein Grundprinzip, dass alles möglich ist. Es geht dann nur zu erfahren, was darf ich machen, damit es möglich ist und dann sind wir wieder bei den Ängsten. Dann darf ich die Ängste konfrontieren und feststellen und mich darauf einlassen, wo habe ich denn noch irgendwelche Blockaden in mir, die mich davon abhalten, meinen Weg zu gehen und mehr aus meinem Leben zu machen. Da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich Ziele, die mir Angst machen. Dann müssen wir, weil mir persönlich auch Wording unglaublich wichtig ist, dann müssen wir das ein bisschen auseinanderdröseln. Wenn dir ein Ziel, also das Erreichen eines Ziels, dieser Fixpunkt, wenn dir Angst macht, dann wäre es eher kontraproduktiv. Das Ziel selber, das kann, darf, sollte maximal positiv assoziiert sein, wovon man Angst haben darf und genau das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist der Weg bis dahin. Der kann und der darf mir auch Angst machen. Denn dort ist er dort, wo wir diesen Widerstand spüren. Und ich meine jetzt nicht, meinetwegen, eine Dame, die zum Dating mit einem komplett für sie in ihrem Bild von weltekligen Typen geht. Das ist auch ein innerer Widerstand, dem darf man aber gerne nachgeben. Aber wo wir einen Unbehagen spüren, wo wir merken, hoppala, okay, dafür muss ich jetzt aber heraus aus meiner Sicherheit, dafür muss ich was tun. Genau das ist der Punkt, bei dem dann auch Veränderung beginnt. Das bedeutet ja auch nicht, dass das automatisch immer so bleibt. Denn wir gewöhnen uns ja schließlich daran. Ich meine, du kennst bestimmt diesen Satz, Erfolg beginnt dort, wo der Schmerz sitzt. Kennst du. Genauso ist es ja auch mit dem Mut. Mutig sein beginnt ja dort, wo die Sicherheit aufhört. Je öfter wir jedoch mutig sind, umso mehr und mehr Macht und umso mehr und mehr Kontrolle holen wir uns dann von der Angst wieder zurück. Und wir können uns, wie gesagt, auch an solche Sachen gewöhnen. Das ist das Beispiel aus der Psychotherapie, die Konfrontationstherapie. Beispiel Höhenangst. Wenn Menschen Höhenangst haben, dann stellen sie sich erst mal auf den Hocker, auf den Stuhl, dann später mal auf so eine Leiter oder man guckt so ein bisschen Treppenhaus weiter runter. Man steigert sich langsam, peu a peu. Die Betonung liegt darauf, man steigert sich langsam. Also nicht, hast du Höhenangst, Gefallschirm springt, das wäre eher, nee. Also das wäre ja kontraproduktiv. Das könnte auch ziemlich schnell ins Negative hineinlaufen. Aber mit der Angst ist es so wie mit so einem Pulli, wie mit so einem Kleidungsstück. Wenn du dir so einen neuen Pulli holst, oder so einen Longsleeve, das so vom Tragegefühl, so, boah, Format kuschelt. So, hast du es gerade abgehauen? Jetzt bist du gerade abgehauen hier. Thomas? Hallo, hallo? Mit der Angst ist es so wie mit so einem neuen Pulli. Wenn du dir so einen Pulli holst, so ein Format Kuscheldecke, denn wenn du anziehst und du fühlst dich so richtig so wohl, weißt du, so ein Gänsehautmoment, dann ist das ja etwas Neues. Das fühlt sich unglaublich gut auf der Haut an. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wem fällt das nach einem halben Jahr noch besonders auf? Niemandem so wirklich. Zumindest nicht so wie am ersten Tag. Und der Grund dafür, das ist jetzt nicht unbedingt die Wasserhärte oder dass ich das Ding mit Kalkron vollkippe oder sonst irgendwas, sondern unser Gehirn gewöhnt sich lediglich an diesen neuen Reiz. Wenn du jetzt hier gerade, wo du da sitzt, du spürst Kleidung nicht wirklich wesentlich an deinem Körper. Wenn du weißt, klar logisch, du hast eine an, wenn sie irgendwo hier bei dir wegsteht und die kommt dran, dann merkst du es ganz kurz. Aber im Wesentlichen spürst du deine Unterhose nicht, du spürst die Socken nicht, das alles nimmst du nicht wahr. Genauso verhält es sich auch mit der Angst. Also je öfter wir diesem bestimmten einem Reiz ausgesetzt sind, wie gesagt, Graduierung ist ein ganz, ganz, ganz großer wichtiger Punkt, desto mehr und mehr bringen wir unserem Gehirn auch bei, dass es halt eben nicht den Exodus bedeutet. Das heißt, Beispiel Höhenangst, ich stelle mich erst auf die Leiter drauf, so lange, bis ich irgendwann merke, okay, das ist für mich jetzt hier so in Ordnung. Weil unser Gehirn lernt, okay, wenn du da oben stehst, auf so einem Tritt oder auf so einer Leiter, das bedeutet nicht den Tod, wenn du da oben stehst und einfach runter guckst. Und so steigen wir uns langsam immer mehr und mehr, bis diese Angst sich dann letzten Endes dadurch ausgeschlichen hat, weil wir uns daran gewöhnt haben, beziehungsweise sie nicht mehr so ausgeprägt ist, das auf jeden Fall. Ja, coole Beschreibung. Das heißt ja letztlich, du kannst dir dieses Bild herholen mit dem Pullover, das du ja super gemacht hast, wo ja auch jeder damit in Verbindung gehen kann. Und ihr kennt dieses Gefühl, wenn man nicht bewusst wirklich in Verbindung geht mit seinem Körper und da diese Achtsamkeit auch lebt oder er lebt, dann fällt einem das gar nicht auf. Und so ist es ja mit den Ängsten. Und ich denke, ich bin mir davon überzeugt, auch aus meiner Erfahrung, dass es mit jeder Angst möglich ist. Es gibt ja, ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt über 600 verschiedene Phobien. Und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, jetzt auch speziell im Coaching-Bereich oder auch was mein persönliches Umfeld angeht, wenn ich schaue auf meine Entwicklung, dann gibt es tausende von Ängsten. Ich hatte immer Angst zu sprechen. Ich hatte Angst, mich zu melden in der Schule. Ich hatte Todesangst, wenn ich vor die Klasse treten musste, ein Referat zu halten. Das war das Schlimmste überhaupt. Das war Horror. Also sprich, es gibt diese Angst, sich zu zeigen, die Angst, sich zu verkaufen. Letztlich ist ja letztlich immer das Verkaufen. Ich verkaufe mich selbst, ich stelle mich selbst dar. Und die Angst, auch ich selbst zu sein. Und was wir schon mal besprochen hatten im Voraus, ist diese Angst, sich letztlich dann auch mit sich selbst zu konfrontieren, ist die primäre Angst oder der Schritt, den ich zu gehen habe, damit ich meinen Weg weitergehen kann, damit ich meine Ziele verfolge, wie du schon gesagt hast. Und was ist denn für dich so, was sind für dich so die Hauptängste, mit denen du in Verbindung gekommen bist? Und wie hast du es geschafft, die zu lösen, auch für dich selbst oder auch für die Führungskräfte, für die Menschen, die deine Seminare besuchen, die mit dir zusammen arbeiten? Also Ängste, wie du schon gesagt hast, gibt es unglaublich unendlich viele. Und genauso verschieden sind auch die Punkte, auf die man sie zurückführen kann. Wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, Angst vor dem Sprechen, das war etwas, das hatte ich in der Tat auch ganz, ganz lange Zeit. Also da gibt es verschiedene Ursachen, verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist die Art und Weise, wie unser Gehirn arbeitet. Ich muss aufstehen vor einer großen Menschenmasse, in direkter Konfrontationslinie, alle Augen sind auf mich gerichtet. Da sagt unser Gehirn auch schon mal, Obacht, das ist gerade kein stimmiges Bild, das solltest du nicht tun. Der andere Punkt, das sind Referenzerlebnisse. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, der bei mir die Angst vor dem Reden damals ausgelöst hat. Da war ein ganz großes und massives Referenzerlebnis. Wollte ich vorher bei Referaten, hatte ich keine großen Probleme, aufzustehen und zu reden und zu sprechen. Es war eine Bundestagswahlveranstaltung, es war eine Podiumsdiskussion. Ich lege mich jetzt nicht mehr auf das Ja fest, das kann ich aus dem Kopf jetzt gar nicht mehr herbeten. Im Buch steht es, glaube ich, drin. Und auf jeden Fall waren dort diese vier Mitglieder, die vier Kandidaten für das Direktmandat. Und die haben auf jede Frage nichts sagen geantwortet. Halt politisch eben. Also es könnte diese sein, es könnte vielleicht aber auch jenes sein, was es im Endeffekt dann sein wird. Das seht ihr dann, wenn ihr mich gewählt habt. So nach dem Motto. Und mir ging das wirklich tierisch auf den Sünder. Und deswegen habe ich gesagt, gut, pass auf, ich stehe jetzt auf und ich stelle jetzt eine Frage, die kann man nur mit Ja oder Nein beantworten. Also eine geschlossene Frage, der man aber auch nicht ausweichen kann. Also richtig mit Rede und Schloss davor. Beziehung, klare Statement, Ja oder Nein. Und ich habe mich gemeldet. Die Dame, die Helferin kam mit dem Mikrofon zu mir. Ich habe das Mikrofon genommen, an den Mund gehalten und habe mir eine Frage gestellt. Zum ersten Mal, Martin, zum ersten Mal an diesem Abend waren sich diese vier in einer Frage einig. Keiner hat mich verstanden. Ich war so aufgeregt und habe so hasplich, so schnell gesprochen, dass keiner auf diesem Podium mich verstanden hat. Das haben die dann natürlich auch gesagt. Ich muss dazu sagen, der Saal selber, der war gefüllt mit 300 Menschen. Also vor diesen 300 Menschen bin ich aufgestanden, habe gesprochen, war aufgeregt und niemand hat mich verstanden. Es kam dann natürlich die Rückfrage, weil mich keiner verstanden hat. Ich habe sich angeguckt, habt ihr das verstanden? Nö. Können Sie die Frage bitte nochmal stellen? Und dann habe ich diese Frage halt nochmal gestellt, bedeutend ruhiger. Aber ganz ehrlich, in diesem Moment, in dieser Situation, von Erdboden tu dich auf, bis Gott die Bimi ab, alles wäre mir recht gewesen, Hauptsache ich komme raus aus dieser Situation. Ich habe dann letzten Endes das Thema, nachdem das vorbei war, noch einige Wochen so mit mir herumgetragen und mich daran zurückerinnert. Das war furchtbar und schrecklich und irgendwann abgehakt. Acht Jahre später, Acht Jahre später, kam ich dann als Ausbilder zur Marine-Unteroffizierschule in Plön, wo es hieß, du hast deine eigenen Unterrichte und diese Unterrichte, die hältst du. Und ich dachte mir, ja, gut, okay, ausbilden, dann denke ich, mache ich. Das erste Mal, der erste Gang zum Hörsaal mit dem Rechner unterm Arm, dem Schreibzeug unterm rechten Arm, bin ich da hingedackelt und auf dem Weg, kurz vor dieser Tür, rate mal, welche Situation mir durch den Kopf geschossen ist. Genau die Situation von der Podiumsdiskussion acht Jahre zuvor. Das hat das mit mir in dem Moment gemacht. What the, fuck. Alles ist armgelegt. Genau wieder, genau wieder an dem Punkt, an diesen Punkt zurückgeholt. So, ich habe mich dann im Wesentlichen selber in die Nachbearbeitung begeben. Es wird jetzt ansonsten zu lange dauern, das alles zu beschreiben. Also, im Buch steht es drin, wie ich mich dann quasi selbst umdefiniert, umprogrammiert habe, damit ich danach, zwar logisch immer noch aufgeregt, aber deutlich besser und vor allem humorvoller, was das Wichtigste ist, wenn man Seminare macht oder wenn man ausbildet. Humor, ich sage immer, ein guter Ausbilder ist auch immer ein guter Situationskomiker. Aber was es mir dann eben ermöglicht hat, genau diesen Umstand auch zu schaffen, damit Lernen auch Spaß macht. Und da kommen wir zu dem zweiten großen und wichtigen Punkt Referenzerlebnisse. Welches Referenzerlebnis hast du, was dich in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Moment daran hindert und dir Bilder in den Kopf setzt? Woran erinnerst du dich in diesen Situationen, wo du merkst, es wird für mich unangenehm? Also, ich beginne mich weiterzuentwickeln. Was sind die Gedankengänge, die du mit diesen Erinnerungen verbindest? Und dort ein bisschen mehr visualisiert zu sein, weil man dann automatisch weiß, wenn man das halt eben trainiert und ein bisschen feinfühlig dafür ist, es liegt nicht an mir, an meinem heutigen mir. Es liegt auch nicht an meiner heutigen Persönlichkeit, die ich bin. Sondern das ist ein Punkt, an dem mein Gehirn gelernt hat, dass das, was ich gerade tue, für mich ein negatives, negativ beeinflusstes Erlebnis war. Und deswegen möchte es uns auch zurückhalten, auch wenn wir hier vorne in unserem Bewusstsein wissen, dass für uns dort im Wesentlichen die positive Veränderung stattfindet. Und dass es uns auch Spaß machen kann. Der zweite, nee, Quatsch, der dritte Punkt, nebst dem Automatismus unseres Gehirns und Referenzerlebnissen, das ist ganz klar der Selbstwert. Also das Selbstwertgefühl ist auch ein unglaublich machtvoller Schlüssel gegen Spiel zur Angst, beziehungsweise im Bereich des Auflösens der Angst und sich damit damit zu beschäftigen. Die meisten Menschen, wenn du sie fragst, wann fühlst du dich denn besonders wertvoll? Die sagen im Wesentlichen immer das Gleiche. Die sagen, wenn ich geliebt werde, wenn ich befördert werde, wenn ich viel Geld verdiene, wenn ich Lob und Anerkennung kriege vom Chef, wenn ich, was haben wir noch, wenn ich wunderbares Sexualleben habe, solche Sachen, die hörst du dann immer wieder. Von außen irgendwelche Infos kommen. Genau das ist der Punkt. Wenn wir uns angucken, wo diese ganzen Sachen verhaftet sind und wir stellen fest, die sind alle irgendwo im Außen verhaftet, dann kommt die Frage, ist es dann Außenwert oder ist es Selbstwert? Natürlich ist es Außenwert. Wenn dein Selbstwert, den legst nur du selbst fest und niemand anderes und nichts anderes, kein Mensch und kein Umstand, ist dafür verantwortlich, welchen Wert du dir selbst gibst. Wir haben es mal ganz anders gelernt. Klar, logisch. Wir haben es in der Schulzeit gelernt, gerade in der Prägungsphase auch unseres Gehirns, in der Prägungsphase unserer Persönlichkeit, wo sich unsere Persönlichkeit sogar anatomisch ausbildet und ihre Grundstrukturen und Formeln annimmt. Man spricht das so circa bis zum 21. bis 24. Lebensjahr um und bei, in der wir unsere Persönlichkeit bilden. Und in der Prägungsphase oder in prägendsten Phasen kommt die Einschulung, kommen die weiterführenden Schulen, kommt dann entweder das Studium oder auch die Lehre. Und wenn du dich mal zurück entsinnst, ist schwer, weiß ich, aber so Zeitraum der Geburt. Du hast nichts Großartiges geleistet während der Geburt. Du bist unten irgendwie rausgeflutscht, hast deiner Mutter gerade die Schmerzhölle auf Erden bereitet und hast vielleicht keine besondere große Leistung erbracht, außer eventuell auf Mopedisch zu pieseln. Das war es dann aber auch schon. Aber trotzdem, in diesem Moment, wo du da unten rauskommst, wirst du in den Arm genommen und wirst bedingungslos geliebt. Du musst nichts tun, du musst nichts leisten. Und das hält dir auch an, bis zu diesem Zeitpunkt, von sechs oder sieben. Bei meiner schon früher, mit fünf Meter Vorschule bis zur Einschulung. Wenn man ins Kind ankommt, mit so einem Bild, zur Mutter und sagt, Mama, schau mal, das habe ich für dich gemalt. Die Mutter nimmt das Bild, guckt das so an und sagt, schön, was soll das sein? Das bist du, Mama, ja super, hast du ja ganz toll gemalt. Niemand, niemand ist vielleicht zu verallgemeinernd, also ich kenne niemanden, der sagt, geh auf dein Zimmer, mal was, was man erkennen kann, dann kannst du wiederkommen. Das machst du nicht, weil du weißt, was es in diesem Kind auslöst. Ab dem Zeitpunkt der Einschulung, da wissen wir das auf einmal nicht mehr. Da ist Anerkennung und Wertschätzung auf einmal an Bedingungen geworden. Und genau das lernen wir diese ganzen Jahre, diese ganze Zeit durch. Und noch was passiert in diesem Einklang. Wir werden in diesem Zeitraum unglaublich fehlerfokussiert. Wenn du dich mal erinnerst, wenn du die Tat zurückgekriegt hast zum Beispiel oder in irgendeine Klausur, wonach hast du denn als erstes geguckt, nachdem du es zurückgekriegt hast? Klar, nach der Note und dann hast du durchgeblättert und dann hast du nach was geguckt? Den roten Strichen am Rand. Du hast nach den Fehlern geguckt. Du bist nicht nach und nach durchgegangen und sagst volle Punktzahl. Yes. Volle Punktzahl. Yes. Fast volle Punktzahl. Yes. Sondern du hast nach den Fehlern geguckt. Was hast du falsch gemacht? Wir werden wahnsinnig vieler fokussiert und das ist genau das, was wir später ins Erwachsenen Alter mitnehmen. Mein Wert ist an äußere Bedingungen gebunden und diese Vieler fokussierter, das nehmen wir mit ins Erwachsenen Alter und behalten es, wenn es blöd läuft, bis wir irgendwann den Löffel abgeben, ins Gras beißen und uns dann diese Frage stellen, hätte ich was die Prägungen mit uns machen können. Ich kenne es auch ganz gut noch, ich habe das noch wirklich vor Augen, weil du sagst, ich kann mir das vor Augen führen, diese Situation, auch was die Schule betrifft. Ich von wem das Ganze gestammt ist und da war ich auch teilweise mal dabei und du sitzt dann immer drin hoffentlich erwähnt aber ich nicht hoffentlich das trägt sich über die Jahre hin fort, wenn man sich nicht damit bewusst wird, diese Situation, diese Erfahrung und wo du sagst ich bin abhängig ich werde abhängig gemacht von dieser äußeren Wertschätzung wenn diese äußere Wertschätzung negativ ist, dann fühle ich mich entsprechend schlecht und in den Dreck gezogen und wenn die positiv ist dann weiß ich habe das Richtige gemacht aber dass es von innen kommt dass ich spüre dass ich das Richtige gemacht wird für mich das ist der nächste Schritt den es zu gehen wird wenn ich weiß dass ich das wert bin und ich weiß dass ich das richtige tue und auf meinem Weg bin dann kann ich auch mit diesen Fehlern besser umgehen wenn ich mal so weit ist dann denke ich dann ist es ein weiterer Schritt meiner Entwicklung und meiner Persönlichkeitsentfaltung wo ich auch entsprechend dann natürlich menschlich werde indem ich auch darüber kommuniziere wie du es jetzt machst du sagst ich weiß ich habe diese Erfahrung gemacht damals in dieser politischen Versammlung ich weiß genau was das mit mir gemacht hat und wie ich damit umgegangen bin deswegen die Frage vielleicht noch zum Schluss möchte nicht das ganze noch zu sehr aufblasen vielleicht können wir es nochmal in einer Fortsetzung weiterführen unser Gespräch wenn du jetzt diese Prägungen bewusst sind was ist der logische Schritt den ich gehen kann damit ich mit diesen Prägungen umgehen lerne und wie ich schon gesagt habe wie schaffe ich sie zu akzeptieren und dadurch auch darauf aufbauen weiter zu gehen und meine Ziele zu verfolgen das ist jetzt eine gute Frage denn die Antwort darauf die spielt auch so ein bisschen auf die Persönlichkeit ab also welche Persönlichkeit bist du wenn du merkst okay da ist etwas da ist was verankert ich kann das reflektieren ich weiß aber nicht wie ich damit umgehen soll dann ist na klar hol dir jemanden der das schon gemacht hat also der sich schon damit auseinander gesetzt hat und der dir dabei helfen kann hol dir wenn du um das Thema Zielsetzung geht oder arbeiten an den eigenen persönlichen Zielen sofern man natürlich wie vorhin gesagt seine emotionale Verbindung hat hol dir jemanden such dir jemanden der heute schon an diesem Punkt angekommen ist weil der weiß wie es geht der vielleicht auch einen ähnlichen Weg hat als du je mehr Parallelen es da gibt desto besser kann man sich auch oder kann die Person sich auch in dich hineinfühlen ich sage nicht logisch nachvollziehen das das ist der leichtere Part aber dieses einfühlen hineinfühlen auf empathische Art und Weise also auf empathischer Ebene das ist ein ganz ganz großer und auch ein wichtiger Key das erste der erste Schritt wenn man das visualisiert ist wirklich sich Einzug gestehen ja ich habe Angst mutig sein wie gesagt das heißt nicht dass man keine Angst hat im Gegenteil wir leben in einer bipolaren Welt es gibt Plus und Minus Ying und Yang es gibt Ebbe und Flut es ist ein Aufgang es ist ein Untergang wir brauchen dieses Bipolare wenn mir jemand sagt ich habe keine Angst oder ich bin niemals traurig dann sage ich danke schönen Tag fürs Gespräch wiedersehen tschüss weil das darf es in meinem Bild von Welt das darf es nicht geben denn stell dir mal vor du kommst auf die Welt bis nur noch gut drauf du würdest gar nichts anderes kennen welchen Wert hätte Glück und Erfüllung oder dieses gut drauf sein freut er noch für dich ich will gar nicht sagen gar keinen so vermessen bin ich nicht aber einen deutlich geringeren als jemand der auch die Gegenseite kennt die Trauer also sei ruhig traurig sei auch mal zornig und wütend und ja du darfst auch Angst haben den einzigen Unterschied den wir machen das ist ich lasse mich nicht davon beherrschen ich entscheide wann es genug ist und ich lasse mich dort nicht beeinflussen von irgendwelchen äußeren Umständen von äußeren Gegebenheiten von dem Sprühpreis an der Tankstelle von einer Beziehung die geendet hat von einer Kritik von meinem Chef die ich gekriegt habe also von keinem Umstand und von keiner Person wenn die Privilegien zu entscheiden wann ich traurig bin wann ich glücklich bin wann ich wütend bin wann ich Angst habe und wann es für mich genug ist diese Macht die behalte ich bei mir selbst Herzlichen Dank Thomas das waren super Worte zum Schluss auch diese Polarität nochmal anzusprechen dieses Gesetz der Polarität dass es Positives und Negatives gibt dass es darum gilt das Ganze zu akzeptieren dass das ohne den Negativen kein Positives gibt und andersrum ist für mich der Schlüssel überhaupt dem Leben auch letztlich positiv gegenüber zu stehen und zu sagen es gibt es schlechte und es gibt es gute aber es ist immer nur eine Interpretation von dem was ich auch empfinde dafür oder was ich für eine Bedeutung auf diese Situation auf diese persönliche Lage berufliche Lage was ich darauf lege welche Energie ich da rein fließe das auch und Angst als Emotion und generell was die Emotionen für mich betrifft und wie ich damit umgehe und wie du auch damit umgehen könntest oder wie du Thomas auch damit umgehst ist letztlich ja die Angst nicht die Angst ist ja eine Energie eine Form von Energie und was ist das Wichtigste an der Energie ist dass sie fließt wir dürfen sie fließen lassen es geht da nicht darum die Angst in uns zu speichern und mit uns rumzutragen sondern zu sagen die Angst gehört mir ich gebe sie auch wieder ab und wie du sagst dann wenn ich wenn ich wenn ich dann mal rausgehe oder ich gehe ich mache eine Runde Sport oder ich meditiere oder was auch immer sich gut anfühlt damit man spürt so ja jetzt lasse ich es wieder los das Ganze das ist es gehört nicht letztlich nicht zu dir weil die Angst wurde uns irgendwo beigebracht mal also außer die Todesangst die Überlebensangst natürlich von der abgesehen aber letztlich wenn ich verstehe ist das wirklich meine Angst ist das mein Erlebnis und kommt dieses dieses Gefühl was sich in diesem Moment gezeigt hat in mir ist das ist das was ich in mir was wirklich zu mir gehört und wenn es nicht dann weiter fließen lassen ich ich sehe es immer so diesen Fluss in diesen Fluss zu kommen und zu sagen gut ich spüre jetzt wieder was was Angst macht was macht das mit mir gibt es ist es meins okay dann nicht weiter weg damit also das ist für mich diese Energie danke das ist für mich entscheidend das hast du unglaublich wunderschön beschrieben die auch die Angst durch sich hindurch zu lotsen das ist ein wunderbares kraftvolles Tool das kann ich mir vorstellen dass vielleicht der eine oder andere sagt ja tolle Wurst wie mache ich das wie gehe ich denn ad hoc in so einer Situation genau damit um und ich weiß es nicht wie es mit mit der Zeit ausschaut ansonsten gebe ich euch gerne noch oder gebe ich gerne noch drei Tipps mit wie du in einer Situation im Endeffekt auch mit einer Angst umgehen kannst er macht das gerne Thomas Tipps sind immer gut ein wesentlicher großer Punkt der vor allem bei Entscheidungsängsten immer eintrifft ist er diese was aber wenn diese was aber wenn Frage die uns dieses negative Bild der Zukunft reinmalt wenn du nicht weißt wie du dich entscheiden sollst oder in so einer Entscheidungsangstsituation bist und dabei auch Verlustängste hast das geht ja immer mit einher was verliere ich wenn ich mich falsch entscheide dann und das ist ein unglaublich kraftvolles Instrument setz dich hin schließ die Augen atme es tief durch und hol dir den schlimmsten Fall der eintreten könnte in deine Gedanken ins Hier und Jetzt das heißt du nimmst diese geistige Haltung an der schlimmste Fall der einprasseln könnte der ist jetzt bereits da der ist schon eingetreten und dann fängst du an genau diesen Zustand zu akzeptieren das heißt wir sollen uns dann nicht großartig selber bescheißen darum geht es nicht aber wenn wir an diesen Punkt kommen wenn wir in der Akzeptanzphase sind dass das schlimmste das schlimmste Endresultat das schlimmste Bild was uns die Angst zeichnet angenommen haben dann passiert was Spannendes denn in diesem Moment fangen wir an lösungsorientiert zu denken warum? weil unser Gehirn in dem Moment Schadensbegrenzung betreiben will und das ist ein unglaublich machtvoller Schlüssel der dann bevor diese schlimme Situation wirklich eintritt unglaubliche Präventionsabschlüsse Arbeit leisten können ein anderer Quick-Tipp ist Mutanker sich zu setzen also Mutanker wenn du dich hinstellst in Situationen oder Momenten die du dir vor Augen führst wo du mutig warst oder stolz auf dich selber warst diese Körperhaltung einnimmst und das Ganze einfach mal zwei Minuten wirklich zwei Minuten aushältst das ist eine Studie von der Universität von Kalifornien die halt herausgefunden hat dass wenn wir eine Körperhaltung zu einem bestimmten Emotionszustand einnehmen dass wir nach zwei Minuten schon zu 25% diese Gedankenmuster und die Emotionen in uns auffühlen in uns spüren die wir damit verbinden klar das geht negativ das geht aber auch positiv das heißt stell dich hin spür in diese Situation hinein und setz dir dann einen Kraftanker ob du dann einfach eine geballte Faust machst den Daumen hier einmal so durchnimmst zwischen Mittel und Zeigefinger ob du dir irgendwo hindrückst anyway setz dir den Punkt der für dich dein Kraftanker ist und je öfter du das wiederholst umso mehr intensivierst du das auch das bedeutet im Umkehrschluss dass du dann wenn du es brauchst über diesen Kraftanker über dieses Drücken beispielsweise diesen Zustand und diese Energie auch abrufen kannst dritter Tipp das ist der größte Quick-Tipp überhaupt atmen atmen jetzt heißt nicht in Schnapphoppung verfallen und hier wie der Hund nach dem Dauermarathon einmal hecheln sondern fahr dann den Körper ein bisschen herunter durch die Nase einatmen 21, 22, 23 und länger doppelt so lange durch den Mund wieder ausatmen das heißt drei Sekunden einatmen sechs Sekunden ausatmen das schafft man auch mit der Rauchernunge das kriegt man auch das ganze dreimal wiederholen und mit dem letzten ausatmen dann und go damit fahren wir unseren Körper herunter damit fahren wir unsere Herzfrequenz herunter und beruhigen uns mit dieser Atemmethode einfach selbst und auch das alleine schon ist ein unglaublich machtvoller und kraftvoller Schlüssel wow vielen Dank dafür drei geniale Tipps werde ich auch für mich beherzigen habe ich schon mal irgendwo gehört aber du weißt ja wie es ist man hält sich nicht an die Tipps an die Ratschläge oder macht es nur einmal wo war das noch was war das noch genau also herzlichen Dank Thomas dafür herzlichen Dank für deine Zeit danke für die vielen sehr nützlichen und ja notwendigen Infos wenn es darum geht sich mit seinen Ängsten zu beschäftigen und sie auch ja zu konfrontieren und letztlich auch ja zu bewältigen wie können denn oder wie kann wie können die Zuschauer mit dir in Kontakt treten wie können sie mehr von dir erfahren wo finden sie dich und im Prinzip ist es ist es ganz einfach du musst nur Thomas Dorsch bei Instagram eingeben oder bei LinkedIn da findest du mein Profil und da kannst du mir gerne auch direkt eine Nachricht schreiben der andere Weg ist über meine Website thomasdorsch.com auch dort findest du einen Terminbutton wo du direkt zu meinem Kalender kommst der auch ein Videotool beinhaltet du kennst den ja schon von Martin und dort findest du dann den Kalender wo du dir einen Termin auch direkt mit mir persönlich sichern kannst also du kommst dann nicht an irgendeinen Vertriebsmitarbeiter oder sag mal an irgendjemand der so ein Vorgespräch mit dir irgendwie führt sondern halt wirklich eins zu eins mit mir das ist mir persönlich einfach auch wichtig schön und nicht zu vergessen du hast ja auch ein Buch geschrieben hast du ein paar Mal schon erwähnt das kann man wo kann man das bekommen das bekommst du entweder wenn du im Buchhandel danach fragst oder einfach auf Amazon den Link zu zu Amazon den findest du auch im Linktree auf Instagram bei mir drin oder natürlich auch da auf der Webseite da kommst du direkt hin ja danke dafür nochmal deine Links werden auch in der Beschreibung hier von dem Video stehen wenn dir das Video gefallen hat dann setz doch gerne ein Like drunter abonniere meinen Kanal schreib einen Kommentar drunter oder schreib auch gerne eine Frage was ja was noch offen ist was dich noch beschäftigt zum Thema Ängste oder ganz einfach setz doch deine Angst die dir bewusst ist schreib sie doch gerne in die Kommentare und das ist schon mal der Anfang und Thomas ich denke da bist du auch mit mir im Einklang es geht darum die Ängste sich bewusst zu werden wenn man sie aufschreibt allein das Aufschreiben ist schon die erste Stufe der Heilung diese bewusste abgeben trägt schon dazu bei dass man in Zukunft sich besser damit beschäftigen kann dass man es externalisiert und dass man sie einfach vor Augen hat letztlich darum geht es absolut diese Energie weiterzugeben das hast du sehr schön gesagt genau dieser Schritt dass erstmal sich damit beschäftigen das ist der Punkt an dem es den Unterschied gibt zwischen gedacht zu werden von der Angst oder selbst zu denken und von der Opferrolle in die Schöpferrolle reinzugehen und weil du es gerade noch angesprochen hast mach mal ganz einfach folgendes wenn du dieses Video hier einmal kommentierst beziehungsweise auch gerne einmal dieses Video teilst auf Social Media Facebook, Instagram whatever mach das gerne mit einem Hashtag Martin Weitz-Simmermann dann siehst du das beziehungsweise verlinkt gerne den lieben Martin darauf und die ersten 10 bei denen wir das dann sehen bei denen wir das genießen dürfen da bedanke ich mich ganz herzlich mit einem Exemplar von meinem Buch Angstfrei reden frei Haus als Geschenk vielen Dank Thomas danke für deine Großzügigkeit danke für deine Unterstützung von meinem Kanal von meinem Wirken ich bin sehr dankbar dafür dass wir uns zusammen dass wir uns gefunden haben dass wir hier gemeinsam unsere Botschaften heraustragen können es ist mir eine sehr große Ehre danke dir nochmal fürs Zuschauen geh doch gerne auf dieses Angebot ein und ich freue mich aufs nächste Mal vielleicht auch wieder mit dir Thomas und auf ein weiteres ich wünsche dir alles Gute und ja viel Erfolg bei allem deinen Unternehmungen danke dir Martin euch auch alles Gute ciao ciao